Wer sind diese Leute? Ich fing an nachzudenken. Ich dachte mir, wenn auf diesem iPhone vier Fotos drauf sind, die als Test in der Fabrik gemacht wurden, per Hand, dann müssten doch auf jedem iPhone vier Fotos drauf sein, die als Test per Hand gemacht wurden, in der Fabrik. Ich fing an nachzudenken. Und das ist das Problem bei jeder Religion. Der Moment, wenn man anfängt nachzudenken.